Tag 30. Wir befinden uns kurz vorm Nordpol und das Schicksal hat zugeschlagen. Eine Katastrophe ist passiert. Vielleicht ist es ja nur, dass wir Herrn Fock den Tee zu kühl serviert haben oder sowas. Ich weiß ja nicht. So kalt. Der Eiswalker wurde zerstört. Wir sind gestrandet auf einem Eisfloß in der bittersten Kälte, die ich jemals erlebt habe. Ich habe nur ein paar Momente, um diesen Eintrag zu schreiben. Deswegen werde ich mich an die wichtigsten Fakten halten. Wir haben wenig Hoffnung auf Rettung und wenige Ausrüstung, wenig Vorräte. Es scheint, als würden wir hier draußen sterben. Nur, noch nicht jetzt. Es ist noch so viel zu tun. Oh Gott, dem Herrn Fock geht es ganz schlecht. Er ist bei 29 von 100. Ich habe ein bisschen Wärme in meinen Fingern zurückerlangt, indem ich sie in zusammengepressten Schnee gesteckt habe. Genug, um zu schreiben. Herr Fock ist schwer verwundet. Sein Torso, sein Oberkörper wurde durchstoßen von einem Stück Metallschrott. Ich habe ihn bandagiert, so gut ich es konnte. Er tut so, als wäre alles in Ordnung. Ich habe mein Bestes versucht, um das auch so zu tun. Aber ich weiß nicht, wie lange wir das noch aufrechterhalten können. Auf dem Ice Walker weiß niemand, was passiert ist. Mitten in der Nacht kam es zu dieser Katastrophe. Die Erbauer schieben es auf eine Explosion des Boilers und die daraus resultierende Kettenreaktion. Die Pumor-Crew verdächtigt rachsüchtige Wale und blutige Geister. Die endlose, sinnlose Debatte ist ablenkend. Aber wir brauchen hier Ablenkung. Ich kann nicht weiterschreiben. Es ist zu kalt. Tag 32. Wir bewegen uns nicht voran. Wie sollten wir auch? Ich versuche mich um Mr. Fogg zu kümmern. Ich kriege wenigstens ein paar Pünktchen zurück. Und da sind sie auch schon wieder weg. Madame Juho schaut hoch in den Himmel. Scheiß drauf, sagt sie. Und beginnt auf ihren Schneeschuhen in das weiße Land um sich herum zu laufen. Was ist denn mit den Notfallsystemen? Hat uns nicht eine Notfallsysteme versprochen? Ich rufe ihr nach, aber sie schaut nicht zurück. Ich schaue mir die anderen Überlebenden an und frage mich, wie lange es noch dauern wird, bevor der Nächste aufgibt. Einfach aufgibt und hinaus in den Schnee läuft. Es wäre noch schlimmer, wenn es... Ich fragte mich sogar, ob ich es sein würde. Und dann musste ich lachen an mein eigenes Melodrama. Nein, nein, noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich schaue mir meinen Herrn an, wie er blass zittert. Und ich versuche, darüber nachzudenken, wie man ihm helfen kann. Wir haben einen Buffalo-Hide. Vielleicht bringt er ja doch was. Zu kurz, um ihn ganz zu bedecken. Aber ich wickele ihn um ihn, so gut es geht. Er ist zu schwach. Er kann sich kaum über den Geruch beklagen. Ich wusste, der bringt noch was, der Mantel. Ich wusste, er bringt was. Ich weiß, warum ich ihn mitgenommen habe. Der Himmel brennt, als ich aufwachte. Spektakuläre Streifen von einem Smaragdgrün und Wundlila und ein bisschen Pink. Die Aurora Borealis. Es ist beeindruckend. Der Himmel selbst gab uns Hoffnung. In den bunten Farben angemalt, sah es so aus, als wäre die Erwartung des Todes nur sentimental. Mr. Fogg hustet und versucht sich aufzusetzen. Passepartout, wo sind wir? Wir sind in der Arktik, Monsieur. Erinnerst du dich? Erinnern sie sich? Er nickt und sinkt zurück. Stumm wie ein Lamm. Seine Wunden haben sich entzündet. Und er hat ein Fieber. Und ich machte mir große, große Sorgen. Noch einmal versuchte ich ihm zu helfen. Fragen wir Monsieur Mesinski, ob er helfen kann. Er gibt mir einen dicken Pelz aus den Taschen der Pomorjäger, um ihn warm zu halten. Können wir nichts anderes tun? Oh, er hat noch eine Flasche mit einem Desinfizierungsmittel, um seine Entzündung einzudämmen. Er darf es mir eigentlich nicht geben, aber er gibt es mir trotzdem. Er sagt mir, ich habe es mit einem wahnsinnigen Wal aufgenommen. Das hier ist nichts dagegen. Wir werden hier nicht sterben. Ich nickte aus Höflichkeit. Und ging dann zurück zu meinem Herrn, um ihm zu helfen. Ich möchte ihn weiter aufpäppeln. Nur ein bisschen Wärme, sagt er. Nur ein bisschen Wärme. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was es bedeutet, warm zu sein. Vielleicht war ich sowieso noch nie warm. Die Erinnerungen daran sehen so zerbrechlich aus und verschwinden wie Staub oder wie Schnee. Es war immer nur dieses hier. Die Kälte, die nicht genug Gnade hat, um die Gefühle abzustumpfen. Und der Wind, der wie ein Pack Wölfe heult. Und solange ich noch Stärke hatte, musste ich mich um Monsieur Fock kümmern. Ich möchte mich auf die Schuld des Navigators stützen, dass er mich aus Versehen geschlagen hat. Ein bisschen ehrelos, aber immerhin bekommen wir deswegen eine Thermoskanne mit warmer, salziger Brühe, die ich meinem Herrn geben kann. Und vielleicht auch selber ein wenig davon essen und trinken. Aber wir bewegen uns nicht voran. Wir müssen hier auf Rettung warten. Ich möchte mit ihm reden. Da, rum. Nimm rum. Nimm Wollshirts. Nimm Wollhosen. Und dann bitte komm zu dir und lass uns irgendwo hingehen. Irgendwo. Ich musste heute an Mutter denken. Ihre Stärke, als sie mich hochnahm und mich durch die Luft warf. Die Sicherheit, dass sie mich wieder fangen würde. Ich fragte mich, was sie tun würde, wenn sie in dieser kalten und öden Landschaft wäre. Würde sie anfangen zu laufen in irgendeine Richtung? Würde sie Wasser finden und versuchen zu schwimmen? Mama, wenn du aus irgendeinem seltsamen Grund doch dazu kommst, diese Zeilen hier zu lesen, dann weine nicht um deinen Sohn. Ich habe so viel gesehen, so viel erlebt. Ich kann es mich nicht dazu bringen, das zu bereuen. Denk an mich in Liebe, so wie ich jetzt an dich denke, hier in der endlosen arktischen Nacht. Tag 36. Monsieur Fogg kann seine Finger nicht spüren. Kein gutes Zeichen. Er hat fast drei Zehen an den Frost verloren. Ich war nicht vorsichtig genug. Der Arzt hat es rechtzeitig bemerkt und er wird sie nicht verlieren. Ein kleiner Sieg. Aber man muss jeden kleinen Sieg nehmen, den man hier kriegen kann. Ich bin immer noch entschlossen, ihm zu helfen. Wir haben etwas Alkohol in unserem Besitz. Ich gebe ihm mal ein paar Schlucke rum. Er muss husten, aber es bringt etwas Farbe in sein Gesicht zurück. Nimm auch etwas, flüstert er. Ich brauche einen klaren Geist. Mir geht es noch einigermaßen gut. Und sich zu alkoholisieren war ein viel zu verlockender Weg, um diesem Ort hier zu entkommen. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich trinke. Er fürchtet, das wird seine letzte Nacht. Aber nein, nein, nein. Wir werden ihn retten. Wir lassen ihn nicht hier draußen sterben. Herr Fogg und ich haben aneinander gekuschelt geschlafen. Schon stets seit der Katastrophe. Ich versuche, etwas Wärme in ihn zurückzubringen. Er ist mal bewusstlos und wenn er aufwacht, redet er im Delirium. Seine kurzen Momente der Klarheit unterstreichen nur, wie falsch es ist, wenn er sich im Delirium befindet. Wenn wir das hier überleben, bin ich schon zufrieden, wenn er seine Augenbraue hochzieht und die Temperatur des Tees kommentiert. Ich bin immer noch überzeugt, dass ich ihm irgendwie helfen kann, aber es gab nichts weiteres, was ich tun kann. Deswegen fing ich an zu singen. Kinderlieder, die mir einfielen. Es half nicht. Tag 37 und wir bewegen uns nicht voran. Es ist ein seltsamer schwarzer Streifen am Horizont. Ich kann die anderen flüstern hören. Ein Luftschiff, ein Luftschiff. Aber ich glaube nicht daran. Ich kann es nicht. Es muss eine Halluzination sein. Eine gemeinsame Halluzination von Leuten, die über den Rand der Hoffnung, über den Rand der Vernunft hinweg getrieben wurden. Ich kann es nicht glauben, bis ich Madame Juho sehe, die an Deck steht. Braucht ihr eine Mitgefahrgelegenheit, ruft sie. Ihre Stimme erscheint mir so bekannt und doch spöttisch, als ich mich Herrn Fock zuwende und lache. Wir sind gerettet. Sie ist es echt. Das ist keine Halluzination. Sie ist da und rettet uns. Und wir fliegen weiter zum Nordpol? Oh mein Gott, warum können wir nicht einfach umkehren? So. Und zu sagen, was passiert ist. Die Verwundeten, auch Herrn Fock, wurden von den Ärzten weggetragen. Wir wurden in Decken eingeschlagen und bekamen heiße Brühe zu essen. Madame Juho stand bei einem älteren Mann in einem blauen Samigakti und einem Rentier-Mantel. Ihre Silhouette von dem Observationsfenster umrahmt. Wie hat sie dieses Luftschiff gefunden? Der Mann ist etwas angewidert. Wenn Raja ihre Aufgabe ordentlich erfüllt hätte, wären wir nicht hier. Was? Welche Aufgabe? Sie sollte sicherstellen, dass die Expedition es nicht zum Nordpol schafft. Was? Sie hat die Instrumente angepasst und uns vom Kurs abgebracht? Aber sie hat nichts mit der Katastrophe zu tun. Warum hat sie die Erbauer verraten? Sie hat... ...hierer Familie und ihrem Volk... ...das kommt für sie als erstes. Aber sie hat versagt. Sie konnte uns hier draußen nicht sterben lassen. Und... ...es bleibt mir übrig. Ich applaudiere ihr, dass sie das entschieden hat und uns tatsächlich gerettet hat. Sie lacht nur. Ah, der Mann ist ihr Vater. Ivo Juho. Der Sami-Vertreter für den... ...Rat der... ...Nord... ...der Menschen im Polarkreis. Madame Juho schaut aus dem Fenster und... ...atmet tief ein. Wir sind da. Ich schaue aus dem Fenster. Eine Stadt. Eine Stadt ist im Nebel und im Eis. Aus Glas und Kupfer und Knochen. Zelte. Bedeckt mit Rentierhaut. Und aus Walknochen... ...gemachte... ...Zelte und Straßen und... ...gefrorene Flüsse... ...und Brücken aus Kupfer und Zink. Und Bäume... ...und Büsche. Vollkommen unmöglich. Die wachsen unter... ...unter... ...großen Halbkugeln aus... ...eisbedecktem Glas. Willkommen am Nordpol. Die heilige Stadt... ...Quausituk. Okay, deswegen wollte sie nicht, dass wir hier ankommen. Sie wollte nicht, dass wir ihre heilige Stadt finden. Oh Mann, 40 Tage unterwegs. Und wir sind am Nordpol angekommen. Unglaublich. Aber wir müssen hier wieder weg. Wir können hier nicht bleiben. Es gibt hier keinen Markt. Es gibt hier keine Bank. Es gibt hier nichts. Es gibt nur die Möglichkeit zu erkunden. Und hoffen, dass uns die Leute hier wieder gehen lassen. Dass wir nicht bis zum Ende unserer Tage jetzt hier am Nordpol gefangen sind. Damit wir ihr Geheimnis nicht ausplaudern. Dies also ist der Nordpol. Vielleicht sollte ich nicht darüber schreiben. Es ist ein Geheimnis. Versteckt von den Menschen, die hier leben. Aber ohne eine Beschreibung... ...wird mir niemand glauben. Ihr solltet also wissen, dass der Nordpol besiedelt ist. Und zwar in großer Zahl. Bei einer Mischung von arktischen Menschen. Viele Sami, aber auch sibirische Nenets. Und tätowierte Jupiks und Netziliks. Alaskische Inupiats. Und sogar ein paar Burjats und Kanti. Wir gehen von Bord in einer humpelnden Prozession, angeführt von Monsieur Juho. Und die Menschen schauen uns mit verdächtigen Blicken und Angst in ihren Gesichtern an. Ich nicke und lächle zuversichtlich, um ihnen klarzumachen, dass wir kein Feind sind. Einige Kinder kommen zu uns und reden mit uns. Wir sind die ersten Außenseiter, die jemals einen Fuß in diese Stadt setzen. Das ist ein Privileg. Und wir sind froh, dass wir am Leben sind. Sie musste ihren Vater anbetteln, dass wir hierher kommen durften. Ist ihr Vater ein wichtiger Mann? Er ist es. Wird sie in viel Ärger haben. Und sie wird sich um die Verwundeten kümmern. Und dann kommen wir vor den Rat. Um über uns zu richten. Sie sagt nichts dazu. Und geht schweigend zu einem Zelt mit einem Walrosszahn davor. Und ein Geweih ohne Zweifel für uns in aller Eile hergerichtet. Wie dem auch sei, immerhin leben wir noch. Wir schlafen. Am nächsten Morgen werde ich von Monseil Fox Seite gejagt von einem Doktor. Ich schaue mich mal um, ob es eine Möglichkeit gibt, von hier wegzukommen. Aber es gibt keine Straßen, keine Eisenbahn, kein Airship-Dock. Das ist ein Ort, der glücklich ist, sich von der Welt abzunabeln. Der sich selbst versorgt. Essen wird hier in beheizten Kammern angepflanzt. Und der Müll wird durch Löcher im Eis versenkt. Sicherlich kann unsere Reise hier nicht enden. Als Bürger dieser Stadt? Oh, das war das, was ich befürchtet habe. Oh je, oh je. Keine Bestechung. Das könnte schlecht ankommen. Das könnte sehr schlecht ankommen. Ich frage Madame Juho um Hilfe. Ich bin auch nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Sie ist bereits in einem großen Streit mit dem Chief Navigator. Ich höre erst mal ein wenig zu. Chief Navigator ist auch sehr, sehr beleidigt. Er dachte, sie wären Freunde. Und kann nicht glauben, dass sie die Instrumente manipuliert hat. Sie sagt zwar, sie hätte einen guten Grund, aber hat sie oder hat sie nicht den den Absturz verursacht. Das ist die Frage. Sie sagt, sie hat das nicht getan. Ich glaube ihr. Sie ist nicht die Schurkin hier. Was ist sie dann? Sie versucht nur ihr Leben so gut zu leben, wie sie es kann, unter den Umständen, in die sie geboren wurde. Und man sieht, wie seltsam diese Umstände sind. Sich hier oben zu verstecken, wie die Diebe im Dachboden. Das verstehe ich. Das sind Dinge, die wir wählen. Aber nicht alles. Nicht die ganze Zeit. Manchmal ist jede Wahl eine Opfer. Und alles, was man machen kann, ist sich entscheiden, was man verliert. Madame Juhu zittert. Ich umarme sie. Und sie weint. Nur ganz kurz, bevor sie ihr Gesicht abreibt und wortlos in die Nacht geht. Mein Herz war wie Blei in meiner Brust. Wir waren zum Dach der Welt hinaufgestiegen. Aber was, wenn es keinen Weg zurück gab? Wir schlafen. Der Rat traf sich vor den Dampfboilern im Herzen der Stadt. 15 Mann und Frauen in einfachen Stühlen und ihre Autorität aus ihren technologischen Wundern nehmend. Die überlebenden der Expeditionen waren versammelt und ich sah bekannte Gesichter. Der Chief Engineer, der Pilot, Mosel Misensky und seine Jäger. Ich stehe mit ihnen. Ich gehöre dazu. Wir gehören beide dazu. Mosel Juhu stand in Stille und sprach einen Satz in Türkisch? Ich verstehe nicht. Pass auf, sagt Frau Juhu. Kann sie für mich übersetzen? Türkisch? Wirklich? Madame Juhu übersetzt. Klaus Situk wurde nur aus einem Grund gegründet, damit die polaren Völker lernen und ihre Technologie entwickeln können. Den Dampf, das Öl, die Automaten. um sie zu ihrem Eigen zu machen. Bevor ihre Heimat, ihre Kultur und ihr Lebensweg zerstört wird. Technologie bringt Veränderung, nicht Zerstörung, sage ich still. Wir haben gesehen, was zu den, was den Indianern zugestoßen ist. den ersten Menschen, den Kasacken, den Buryat. Madame Juhus Gesicht war immer noch wie Stein und es war klar, dass sie ihre eigenen Worte sprach und nicht die des Rates. wir werden das nicht uns geschehen lassen. Der Rat erbricht in Streit. Warum streiten sie sich? Sie wollen isoliert bleiben und uns alle als Gefangene hier behalten. Die Schamanen stimmen mit ihnen ab. Aber die Progressiven haben kürzlich mehr Öl und natürliches Gas in der Bärensee gefunden und möchten gerne Hilfe beim Bohren anheuern von außerhalb. Deswegen stimmen sie gegen die Isolation und die International Unionists suchen nach einer Ausrede um ihre eigene Meinung einzubringen. Schamanen? Mystizismus. Madame Juhu interessiert es nicht so sehr, aber sie haben genügend politische Macht hier und sie wollen die Stadt so lange wie möglich ein Geheimnis halten. Dann kommt eine Ankündigung und einige der Expeditionsmitglieder schnappen nach Luft und haben aber ein Lächeln im Gesicht. Ich hatte einen Moment der Hoffnung, vielleicht wurde zu unseren Gunsten abgestimmt, aber Madame Juhu sagt Passepartout, es tut mir leid. Lass mich mit ihnen reden. Bitte, Madame. Aber sie schüttelt den Kopf. Ich habe gesehen, wie du redest. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du den Rat dazu bringen könntest, etwas gegen seine Interessen zu tun. Aber ich werde dir nicht helfen, nicht noch einmal. Eine Gruppe Wachen brachte uns zurück in unsere Gemächer und ich legte mich auf mein Bett, warf mich auf mein Bett. schien so, als wäre dies das Ende unseres großartigen Abenteuers. Oh Gott, wir sind hier gefangen. Tag 43. Ich erwachte im Halbdunkel und sah meinen Herrn zittern, äh, meinen Herrn meine Schulter schütteln. Mr. Huff Fogg. Er gebärt mir zu schweigen. Ich sammle unsere Taschen ein und folge ihm in die eisbedeckten Straßen. Wir bleiben nicht hier, Passepartout. Er zeigt auf eins der Luftschiffe. Wir haben meine Wette zu gewinnen und das ist unser Weg hinaus. Sollen wir selber steuern? Wir bleiben versteckt, bis wir weg sind von Quasuituk und dann passen wir unsere Pläne den Umständen an. Ah, wir improvisieren. Ganz genau, sagt Herr Fogg. Welches Luftschiff sollten wir nehmen? Zwei. Aber nichts, was sie auseinander hält. Links oder rechts? Hm, ich wähle links. immerhin habe ich so eine Gescheinung getroffen, egal wie beliebig sie scheint. Nun dann, lasst uns abfahren. Okay, wir haben eine neue Route, wir haben eine Möglichkeit von hier weg zu kommen. Es ist eine verdammt weite Route und sie führt uns direkt ins Herz von Kanada, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise an die Westküste von Kanada. Gut, mich hält hier nichts. Was sollen wir tun? Wir reisen ab. Ja, das ist hier die Westküste von Amerika, Kanada, Gastown. Morgen erst legen wir ab. Ich kann aber verhandeln? Mit wem verhandle ich denn? 950 im Früh abzulegen? Das ist zu viel. Wir brauchen das Geld. Auf den einen Tag wird es nicht ankommen. Ich möchte noch einmal drüber schlafen. müssen wahrscheinlich sowieso den Rest der Crew, die anderen Expeditionsmitglieder, die auch mit uns mitkommen wollen, dazu bringen, mitzukommen, oder? Wem zahle ich denn jetzt gerade 950, um schneller aufzubrechen? Das verstehe ich nicht. Das ist mir irgendwie unlogisch. Dann hätten wir noch 5500, das ist schon okay. Letztes Mal haben wir nicht viel Geld gebraucht, um heimzukommen. Andererseits der eine Tag auf den einen Tag wird es nicht ankommen. Wir bleiben noch eine Nacht, ruhen uns aus und bereiten unsere Flucht vor. Und auch gerade Herrn Fock geht es jetzt wieder hervorragend. Er ist jetzt bereit. Jetzt reisen wir ab nach Gerstown. Wir haben Platz für eine Menge Koffer. Das kalte Wetter ist immer noch ziemlich fies, aber wir haben ein Teil des Cold Climate Sets immer noch. Und was soll es los geht es raus hier. Wir haben einen einfachen Plan um uns an Bord des Luftschiffs zu schleichen. Wir ziehen unsere Oh wir könnten in ein paar Ja wir verstecken uns in Kisten und lassen uns von willigen Händen an Bord tragen. Innen drin ist es warm aber eng. Wir verstecken uns nahe der Boiler Räume und ich atme auf als das Luftschiff in die Luft geht. Achso ich habe gedacht wir fliegen das selbst Nein nein tun wir nicht deswegen macht dann auch die 950 Sinn die die reisen selber mit dem Luft Schiff in Richtung Kanada und wir sind lediglich als blinde Passagiere an Bord aber das kann nicht lange dauern bis sie bemerken dass wir weg sind kann ich Zeitung lesen tatsächlich die Times haben sie auch an Bord ein Tourist wurde gesehen wie er einen Selbstmord Attentäter überredete sich selbst in die Luft zu jagen außerhalb des Royal Palace ewig alte Neuigkeiten das ist doch noch aus Dänemark Kopenhagen war das oder fies ok wir hätten direkt mit Luftschiff hier hoch fliegen sollen der Ice Walker war ein Fehler wir werden von lautem Klopfen an unserer Tür geweckt bitte kommt raus wir wissen dass ihr hier seid ich versuchte die Geräusche eines kreischenden Gelenks nachzumachen geht es euch nicht gut keine Sorge ihr seid bei uns sicher Herr Fock nahm die Sache in sie eigenen Hände und öffnete die Tür eine Frau der Nenitz mittleren Alters stand dort zusammen mit einer kleinen Truppe von Wachen ich bin Captain Ein Vanuito sagte die Frau und ihr seid an Bord meines wunderschönen Schiffes ein wunderschönes Schiff in der Tat man muss ja das Schiff des Käptains loben das aerodynamischste Schiff das jemals gebaut wurde in quasi ihr wisst was ich meine designt ja gute alte Polar Ingenieurs Kunst Wo fliegen wir hin nach Gastown in Kanada und sie sieht keinen Grund den Kurs anzupassen Nein natürlich nicht Kapitän Gut dann kriegt ihr eine richtige Kabine und eine ordentliche Mahlzeit geröstete Robbe und der Koch ist ein Meister der Robbe In dieser Nacht dachte ich daran dass wir die internationale Dachtungslinie überquerten daran denkt er nach all dieser Zeit wow wir haben einen Tag gewonnen ich sag doch auf den einen Tag kommt es nicht an und wir kommen in Kanada raus das ist wunderbar das heißt wir können tatsächlich unsere Reise fortsetzen und wir haben erst 44 Tage gebraucht das sieht sehr gut aus letztes Mal waren wir viel viel später erst in Amerika dem amerikanischen Kontinent alles klar ich kriege ein wenig zu trinken ich denke dass er uns hier nicht betrügt der Kapitän oder die Kapitänin es fühlt sich an wie Feuer in meinem Kopf stark ist so sagt der Kapitän also frage ich den Kapitän warum geht es nach Kanada sie verkaufen Technologie im Austausch für Neuigkeiten und Gerüchte der Rat ist zwar vorsichtig aber sie verstehen den Wert von akkuraten Informationen vertraut sie den ersten Menschen das Geheimnis zu wahren aha sie gehört zu den progressiven sie will lieber jetzt Verbündete finden als ewig versteckt zu bleiben dann dann kommt es zu einem Krawall zwischen zwei Crewmitgliedern und die Kapitänin verabschiedet sich um denen die Köpfe zusammen zu schlagen wow Luftschiff ist so unglaublich schnell das ist Wahnsinn da sieht man schon die kanadische küste unter uns grün und einladend und die grenzen von Gerstown die sich in gelb aufleuchtend abheben davon sowie der Dampf was gibt es so in Gerstown betrunkene und Pelzhändler sie haben wenig mit ihnen zu tun und rät uns es auch so daran zu halten wir landen an und sie wünscht uns viel Glück wir haben Gerstown erreicht unglaublich unglaublich wir haben einen Markt den will ich mir doch mal an sehen da verkaufen den magnetischen Kompass und kaufen dafür Dinge die New York wertvoll sind zum Beispiel die Smith & Wesson und dieses Ding hier eine Harmonica Smith & Wesson Buffalo Hite haben wir schon der ist hier wertvoll aber auch in Toronto da könnte man noch vorbei ich glaube ich würde ihn mal behalten Railway Whistle für den Railway Man ich kaufe mir das ein Cotton Flower ja gerne und gezinkte Würfel die möchte ich auch mal nehmen alles klar und dann die Bank brauchen wir auf keinen Fall ich werde direkt erkunden ich werde die Folge auch gleich beenden aber neue Routen möchte ich noch haben wir können hier aber Calgary Regina Winnipeg das klingt ganz gut Gastown wurde wohl benannt nach einem Gassy Jack ein Yorkshire Dampfboot Kapitän der zum Barkeeper wurde hier wird viel getrunken die Holzfäller und Fischer aus dem Inland und die Seemänner und Luftschiff Besatzung die hier zum Handeln herkommen ein rauer und ready breiter Ort I don't know und ich war in der Stimmung es zu genießen wir sind wieder in Zivilisation wir müssen das genießen wir trinken ein bisschen wir fühlen uns lebendig ich rede mit einem Holzfäller oder Holzfällerin aber sie war eine Frau weniger Worte und weniger als übliche Anzahl an Fingern dann kann sie keine besonders gute Holzfällerin sein ok der eine Luxus in dieser Stadt war das verteilte Dampf Heizsystem das durch durch den Boden hinauf Dampf verteilt in der Stadt und damit den die Wege beheizt und sogar eine Dampfuhr Antrieb die die Zeit ansagt oder anpfeift jede Stunde Interessant Immerhin Gastown ist eine moderne Stadt Alles klar Ich gebe euch nochmal den Überblick Ich denke wir müssen hier übernachten Wir können nach Calgary die fährt in zwei Tagen ab aber wir können dem Mann für 520 eine Reise morgen einreden Eigentlich könnte ich dann auch direkt nach Winnipeg das ist dieselbe Strecke 500 sogar nur oder wir können nach San Francisco direkt morgen mit Gyrocopter Ich meine die Strecke nach San Francisco ist durchaus auch in Ordnung bis auf dass man ab Burlington nicht weiter kommt Allerdings von Winnipeg habe ich auch noch keine Route Da müsste ich wahrscheinlich durch Duluth Chicago Toronto New York kommen Ich weiß es nicht Die Eisenbahnen sind alle nicht so gut ausgebaut Die enden alle mitten im Kontinent Aber ich will nicht nochmal so eine Katastrophe wie nach New Orleans einlegen Ich würde wahrscheinlich hier oben langreisen außer in den Kommentaren habt ihr gute Argumente dafür über San Francisco zu reisen Vielleicht können wir auch hier über Winisk und dann wieder runter nach Ottawa Quebec New York New York war ein guter Abreisehafen um Richtung Europa zu reisen Okay Das ist der Plan und ich freue mich schon auf die nächste Folge Denn wir sind diesmal wirklich gut in der Zeit der Nordpol trotz all der Gefahren die da gedroht haben hat sich als Reiseroute durchaus bewährt Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss